Iron Tank gegen die Superstrikers, live aus dem Fortress Stadion. Wir haben interessante Team-Neuigkeiten, Mac. Dancing Rasta fällt wegen einer mysteriösen Verletzung aus. Und was noch komischer ist, Thor ist nicht in der Startelf von Iron Tank, obwohl er fit ist und spielen könnte. Und der Kampf beginnt! Twisting Tiger dreht sich an Uber, ja, nein, und von I vorbei! Fantastischer Spielaufbau der Superstrikers! Schatz ist in einer vielversprechenden Position! Hat er Erfolg, wo alle anderen Top-Stürmer der Liga gescheitert sind? 160 kmh und los! Kann er den Mängler schlagen? Und da ist die Halbzeit! Und die Superstrikers sind nicht näher dran, den Mängler zu schlagen! Dancing Rasta! Dancing Rasta! Ich schätze, sie brauchen Dancing Rasta wirklich, Mac. Aber er ist... Er ist nirgendwo zu sehen! Dancing Rasta! Dancing Rasta! Dancing Rasta! Dancing Rasta! Anordnung! Verwecke dich aufs Ziel zu! Anordnung verstanden! Hi, Shakes! Hallo, Doc! Ich habe tolle Nachrichten! Alle Daten sind noch intakt! Sind sie jetzt gerade beim Ball? Nein, wieso? Nähere mich dem Ziel! Iron Tanks sind hinter dem Ball her! Keine Sorge! Ich bin gleich im Nebenzimmer! Ich sage dir, denk nicht mal dran! Nein! Schnappt den Ball! Los, den los, Mann! Als mein Arzt verschreibe ich viel Ruhe. Kapitän, es geht dir gut! Alle werden so erleichtert sein! Und du kannst uns sagen, wie du den Mängler geschlagen hast! Klar! Nur noch eine Sache! Schieß los, Kapitän! Wer bist du nochmal? Du wusstest, dass der Ball unsere beste Chance war! Darum wolltest du ihn stehlen! Ja, also es erschien leichter, als Rasta zu stehlen! Tja, du hättest Rasta stehlen sollen! Willkommen zurück, Kapitän! Schön, euch kennenzulernen! Hallo? Oh, richtig! Shakes hat es mir erzählt! Wir sind Teamkameraden! Das ist eine furchtbare Krankheit! Wie kann jemand mich vergessen? Ich will euch helfen, Leute, aber... Wie kann ich der Kapitän der Superstreckers sein? Und euch anführen? Der Singkameraden! Der Singkameraden! Der Singkameraden! Also, wenn dich irgendetwas daran erinnert, wer du bist, dann das hier! Danke, Shakes! Der Singkameraden! Shakes, Mann! Hä? Der echte Rasta nennt mich Shakes, Mann! Also, er ist gerade nicht hier, okay? Die Rückkehr ihres Kapitäns, selbst von der Seitenlinie aus, könnte genau das Zaubermittel sein, das die Superstrikers brauchen! Er sollte seine Magie lieber schnell einsetzen, denn den Superstrikers läuft die Zeit davon! Der Ja! Oh! Ugh. Dentsy Kosta! Dentsy Kosta! Dentsy Kosta! Dentsy Kosta! Herzen Wasser! Herzen Wasser! Shakespeare! Während sich das Spiel intensiviert, treibt Johann Uber die Sache ein bisschen zu weit. Du und dein Kapitän sind so ineffektiv wie jeder andere. Shakespeare! Was, ähm, was sagt er da? Das ist leicht. Es war Abwärtsdruck. Shakespeare! Shakespeare! Hm! Da ihr Kapitän auf Eis liegt, sehen die Superstrikers ziellos aus. Also, wie lautet der Plan? Stell dich auf den Ball. Brillant! Nein, warte, das genaue Gegenteil davon. Abwärtsdruck. Drücke den Ball runter und er schießt raus wie eine Rakete. Woher hast du diese verrückte Idee? Dancing Raster. Ähm, welcher Dancing Raster? Er ist zurück, El Matador. Er hat mich Shakesmon genannt. Äh, ich schätze, wir haben nichts zu verlieren. Außer die Spiele, richtig. Komm schon, Shakes und El Matador, die Zeit läuft ab. Die letzte Chance des Spiels. Das ist eine absolute Überraschung! Die Superstrikers gewinnen! Mängler wurde endlich geschlagen! Ja! Juhu! Ja! Gut gemacht, Kapitän. Ähm, ihr beide. Hahaha, Teamarbeit. Wie immer. Jetzt kommt schon, Leute. Gehen wir nach Hause. Ich habe genug von dieser Kälte. Gehen wir nach Hause. Ja! Superstrikers. Superstrikers. Superstrikers.